Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Jebat Wolf. Ich bin Head of Architecture bei der SWAG Lab. Wir kümmern uns um das Thema Digitalisierung. Das ist ein breites Thema, wie man sich vorstellen kann. Ich kümmere mich da insbesondere um das Thema Softwarearchitektur. Junges Unternehmen. Wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei. Und wie man vielleicht an meinem Titel bemerkt, ist das Thema, worüber ich spreche, nicht so richtig. Das, wofür ich sonst sozusagen bekannt bin. Ich habe ein paar Bücher geschrieben über das Thema Microservices, über Continuous Delivery. Ich mache auch regelmäßig einen Stream zum Thema Softwarearchitektur. Aber ich glaube, ich habe trotzdem etwas zu sagen zu sowas wie Agilität und ähnlichen Geschichten. Wenn wir bei ähnlichen Geschichten sind. Hier ist so eine ähnliche Geschichte. Das ist das berühmte Wasserfallmodell. Das Wasserfallmodell funktioniert so, dass ich halt Requirements habe. Und dann fließt das Wasser den Wasserfall runter in die nächste Phase. Das ist die Designphase. Dann haben wir eine Implementierung. Dann haben wir eine Verifikation der Implementierung. Und dann haben wir anschließend sowas wie eine Wartung. Und ich würde behaupten, dass das intuitiv ein Ansatz ist, der vielleicht gar nicht so doof ist. Wenn ich halt irgendwas machen will, dann überlege ich mir, was will ich eigentlich irgendwie tun. Und dann plane ich das. Und plane es halt irgendwie weiter. Und dann setze ich das um. Und bin dann halt irgendwann fertig. Also die Idee, dass man halt plant, bevor man irgendwas macht. So absurd ist das nicht. Und dann bauen wir es halt. Und irgendwann sind wir damit fertig. Wenn wir jetzt feste Requirements haben. Also wenn sich die Requirements ändern, ist das offensichtlich keine Alternative. Aber wenn wir feste Requirements haben, wer würde denn sagen, dass Wasserfall dann eine Alternative ist? Irgendjemand? Ich sehe jetzt irgendwie einen. Aber ich habe irgendwie auch so zwei, drei, doch eine Handvoll so. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich irgendwie im Licht stehe. Nehmen wir an, wir haben den 60er. Das war bevor ich geboren worden bin. Da hatten wir andere Computer. Ist Wasserfall da eine Option? Also auch eben bei festen Requirements? Das scheint so ungefähr dieselbe Menge an Leuten zu sein, nicht? Also wir sind so eine kleine einstellige Anzahl an Personen, würde ich sagen. Mittlere, vielleicht auch große Anzahl, einstellige Anzahl an Personen, die halt Ja sagen. Und ich könnte jetzt nochmal den Gegentest machen. Wer würde denn sagen, dass es keine Option ist in den 60ern für feste Requirements? Oh, das sind gar nicht so viel mehr. Das sind vielleicht sogar ein paar weniger. So sieht es zumindest von hier aus. Okay. Wer ist denn so ein Wasserfallpionier? Wer hat das denn eingeführt? Irgendeine Idee? Okay. Bitte? Okay. Wer sind denn ein paar agile Pioniere? Irgendeine Idee? Sutherland, Schwäber, genau. Komisch, nicht? Warum gibt es keine Wasserfallpioniere? Warum kennen wir die nicht? Gut, agile Pioniere haben wir viele, nicht? Also das war jetzt nicht abgesprochen, nicht? Sutherland und Schwäber, die halt Scrum gemacht haben. Wir sind ja hier auch auf einer Scrum-Veranstaltung. Achso, hier steht noch im Chat große Anzahl einstelliger Personen. Also ich meinte sowas wie acht oder neun oder sowas vielleicht. Aber wie gesagt, konnte ich halt auch nicht besonders gut sehen. So, dann gibt es halt irgendwie dieses Extreme-Programming. Da gibt es irgendwie Leute wie den Ken Beck, den Ron Jeffress oder den Ward Cunningham. Und dann gibt es natürlich irgendwie die Leute rund um das Agile Manifest, das uns ja gegeben worden ist auf dieser Verkündigung. Hier stehen sie zusammen, die Männer und diskutieren darüber, was denn nun tatsächlich agil ist. Und hier stehen dann die Männer auch nochmal alle aufgelistet, die das als Erste unterzeichnet haben. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal hinweisen auf jemand anders, vielleicht gar nicht so sehr eine agile Pionierin, aber die Professor Christiane Freud ist eine von den Professoren, bei denen ich das Vergnügen hatte zu lernen. Und ich habe mit ihr vor einiger Zeit einen Stream gemacht und die ist halt lange, lange aus der Uni raus. Und da gibt es dann wie auch lustige und interessante Geschichten über die 60er und die 70er und eben auch darüber, wie das denn nun war. Also ob es damals bei dem Wasserfallmodell tatsächlich so war, dass das halt irgendwie sozusagen umgesetzt worden ist. Und ich glaube, das ist eine Episode, die man sich sehr gerne mal anschauen kann, wo ihr sicherlich was lernen könnt über das Thema, wie es denn damals so zugegangen ist. Und wie lange wir eigentlich schon gewisse Dinge einfach wissen. Und wie gesagt, ich hatte halt in den 90ern das Glück, bei ihr studieren zu dürfen und ich profitiere davon immer noch. Also sowas wie, dass ich halt iterativ vorgeben will, ist etwas, was sie mir damals halt schon beigebracht hat. So und auf diese Frage, wer sind so ein paar Wasserfallpioniere? Eigentlich habe ich da, wenn es eine Antwort gibt, dann ist das halt häufig dieser Herr Royce. Und der Herr Royce, der Dr. Winston W. Royce, hat dieses Paper geschrieben über das Management von großen Software-Systemen. Und dieses Paper ist von 1970, das ist also auch etwas älter als ich. Und da gibt es so ein paar Abbildungen. Und die erste Abbildung ist diese hier, die sagt also, es gibt Analyse und Coding. Und nach der Analyse machen wir das Coding und daraus entsteht eben dann der Code. Und wenn wir das sozusagen uns vollständig angucken, dann gibt es hier eben noch ein paar mehr Phasen. Also nicht, ich habe Requirements. Ich habe noch mehr, was sind das? System Requirements, Software Requirements. Man sollte vielleicht dazu sagen, der baut halt so Luft- und Raumfahrt. Das heißt, da geht es wahrscheinlich um das Gesamtsystem, Flugzeug und nicht die ganzen Aktoren und Sensoren, die es da irgendwie gibt. Und dann geht es halt um die Software, Analyse, Programmdesign, Coding, Testing und Betrieb. Das ist doch nun ein Wasserfallpöhn hier, oder? Ja, das Problem ist halt, das Paper hat mehr als zwei Abbildungen. Das ist die zweite Abbildung und das hier ist zum Beispiel die dritte Abbildung. Und die dritte Abbildung sagt, dass es halt vom Testing zurückgehen kann zum Programmdesign und vom Programmdesign zurückgehen kann zu den Requirements. Und das bewertet er, also er sagt irgendwie, das ist halt unglücklicherweise der Fall. Aber er sagt halt, dass es so ist. 1970, bevor ich geboren worden bin. Und genau genommen sagt er halt, dass man diesen Prozess, der halt hier einmal sozusagen langläuft, dass man den eigentlich zweimal machen möchte. Mindestens zweimal. Und am Ende gibt er so ein paar Hinweise und sagt, also wir haben erstmal so eine Architekturphase, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie halt Programmdesign eigentlich aussehen soll. Dann dokumentieren wir das Design. Das machen wir übrigens, wir machen es zweimal, nicht? Wir bauen irgendwie zweimal dasselbe System. Machen also mindestens zwei Iterationen an der Stelle. Dann planen, kontrollieren und monitoren wir das Testing. Und den Kunden sollte man mit einbeziehen. So, und das Interessante, ich habe es vorhin schon kurz sozusagen gespoilert, ist, das ist nicht nur von 1970, sondern also in einer Umgebung, wo Computer viel, 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 viel weniger mächtig sind, als das, was wir heute haben. Sondern es kommt auch noch aus einer Branche eben Luft- und Raumfahrt, wo es eigentlich relativ klare Requirements gibt. Also ich könnte jetzt irgendwie so ein bisschen lapidar sagen, es geht halt darum, dass das Ding irgendwie fliegt und halt bestimmte Bedingungen dabei einhält. Das ist natürlich nicht korrekt. In Wirklichkeit ist es natürlich etwas komplizierter. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass wir jetzt hingehen müssen und sagen müssen, was will denn der Kunde eigentlich? Das ist auf einer abstrakten Ebene klar, nicht? Also irgendwie im Flugzeug oder irgendwas anderes mit bestimmten Parametern. Und das ist jetzt nicht irgendwie im E-Commerce, wo wir hingehen und sagen, hör mal zu, lieber Kunde, willst du das? Nee, willst du nicht? Wie ist es denn hiermit? Und wo wir halt irgendwie viel stärker herausfinden müssen, was eigentlich so dort die Möglichkeit ist. Und das Ding muss halt in ein Flugzeug passen. Da gibt es also bestimmte Bedingungen, nicht? Die Sensoren, Aktoren, das ganze Zeug, was da drumherum ist, nicht Hardware, sondern das, was eben dort gesteuert wird. Das muss eben damit versehen werden. Und wir wollen halt am Ende auch vielleicht Software haben, die halt entweder fehlerfrei ist oder die halt bekannte Fehler hat, um die man herumarbeiten kann. Was ja vielleicht etwas ist, was wir in anderen Situationen eher akzeptieren können, wo eben solche Fehler begrenzte Auswirkungen haben, nicht? Also hier geht es halt im Zweifelsfall darum, dass ein Flugzeug eben bedauerlicherweise abstürzt und das hat dann irgendwie Menschenleben zur Folge, die halt verloren gehen. Das ist typischerweise nicht das, woran die Mehrheit der SoftwareentwicklerInnen, die ich zumindest so kenne, arbeiten. So, jetzt wissen wir also schon mal, dass in dieser 1970 Wasserfall keine gute Idee war, in einer Branche, die jetzt nicht im Verdacht steht, so wahnsinnig komische Kunden zu haben, die halt nicht so genau wissen, was sie wollen, wobei dann irgendwie sich so Product-Market-Fit oder sowas halt erzeugen muss. Aber es könnte ja jetzt sein, dass es eine Vergangenheit gibt vor 1970, wo Wasserfall doch eine gute Idee war. So, und da gibt es das SAGE-Projekt. Und das SAGE-Projekt ist das Semi-Automatic Ground Environment. Ich kann euch jetzt fragen, was zum Teufel mag das wohl sein? Und ihr könnt es wahrscheinlich nicht wirklich erraten. Es geht halt um Luftverteidigungssystemen. Das geht darum, sich halt, also es ist ein amerikanisches System, US-amerikanisches System, das heißt, die haben halt Radar-Stationen verteilt über die Vereinigten Staaten und müssen halt jetzt mit dieser Radar-Stationen koordinieren und halt in dem Fall, wenn jetzt eben tatsächlich ein Angriff stattfindet, entsprechend einen Gegenangriff sich überlegen und halt entsprechende Abwehrmaßnahmen einleiten. Das ist so das, was wir dort machen. Was irgendwie bedeutet, dass es relativ klare, feste Requirements gibt auf einer abstrakten Ebene. Also nicht Product-Market-Fit ist halt nicht der Punkt. Es geht halt darum, dass man eben sagt, wir wollen möglichst lückenlos diese Luftverteidigung auf die Reihe bekommen. Und wir haben halt auch wieder Einschränkungen, weil ich habe eben da Radarsysteme. Und da kann ich nicht spontan sagen, das brauche ich jetzt mal komplett anders, sondern das sind wie Dinger, die ich da irgendwie hinstelle. Die stellen halt eine bestimmte Position. Die haben halt ein bestimmtes Layout und sind halt in einer bestimmten Art und Weise konstruiert. Und dazu muss das halt passen. Das ist 1956 gebaut worden und war, also lange bevor ich geboren worden bin und ist tatsächlich noch in Benutzung gewesen bis 1980, bis in die 80er hinein. Ist also tatsächlich ein langlebiges System und war angeblich teurer als das Manhattan-Projekt zur Bau der amerikanischen Atombombe. Und das führt jetzt zu der Frage, wie zum Teufel haben Sie denn dieses System gebaut? Und ich glaube, ohne jetzt selber dabei gewesen zu sein, aber ich glaube, dass das vielleicht tatsächlich noch ein ganz besonderes System ist, weil typischerweise haben zu dem Zeitpunkt Entwickler in alleine gearbeitet. Heute undenkbar. Wir arbeiten halt in Teams. Und selbst wenn ich mich jetzt an diesen Rechner setze und irgendwas schreibe, ist es halt so, dass ich in der Möglichkeit mit ganz vielen Leuten zusammenarbeite, die mir den Compiler, das Betriebssystem und was weiß ich irgendwie zusammenbauen, nicht? Und ab und zu ist es dann so, dass man halt so Systeme hat wie OpenSSH, die eine Abhängigkeit haben auf eine Library wie XZ, von der sie nicht wissen, dass sie die Abhängigkeit haben und sie werden davon gehackt. Also das sind halt tatsächlich echte Abhängigkeiten, nicht? So wie bei Ostern passiert. Das heißt also, das haben wir nicht mehr. Wir arbeiten nicht mehr alleine. Wir sind immer im Team und selbst wenn wir es nicht sind, arbeiten wir trotzdem mit anderen Leuten zusammen. Und Sage ist halt deswegen interessant, weil es halt wahrscheinlich der erste größere Versuch war, in einem größeren Team Software zu entwickeln. Und heute sind Teams eben ubiquitär, also sind überall vorhanden. Und das war auch ein richtiges System, so mit richtiger Dokumentation. Damals deutlich mehr Dokumentation, viel papierbasierterer Ansatz als heute, 10.000 von Seiten also. Und wir können da so ein bisschen so in die Vergangenheit schwelgen. Da gibt es halt diese Direction Center. Die hatten so einen ANFSQ-7-Computer. Der braucht so 2.000 Quadratmeter, hat 49.000 Röhren, Nicht-Transistoren und schafft 75.000 Instruktionen pro Sekunde. Ich habe in den 80ern mit einem Heimcomputer angefangen. Der war wahrscheinlich schon deutlich schneller und hat Lochkarten natürlich benutzt, wie das damals so der Fall war. Und man findet in diesem Internet tatsächlich so Bilder davon nicht. Das ist so einer von diesen Computern, die da halt irgendwie rumgestanden haben. Und das hier ist so eine Wartungskonsole. Ich finde es halt auch schön, dass hier noch so ein Telefon drin ist. Keine Ahnung, was das ist. Also das ist noch irgendwie Hardware, die halt richtig Hardware ist. Und das hier ist so ein Situation Display im Computer History Museum im Valley. Das ist im Prinzip in derselben Straße wie der Google Campus. Ich hatte tatsächlich mal das Vergnügen, dort zu sein. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ich muss gestehen, ich bin jetzt an diesem Exponat eh jetzt vorbeigelaufen, weil ich es jetzt damals zumindest nicht so spannend fand. Aber nicht, da haben wir halt auch so richtige Situation Display mit einer Light Gun. Das ist so eine Leuchtpistole, mit der man halt auf dem Bildschirm irgendwie zeigen kann. Die funktionieren so, dass vorne halt so ein Sensor ist, der wie gesagt, wo ich halt gerade bin. Und dadurch, dass das erleuchtet wird, kann eben diese Light Gun herausfinden, wo ich gerade bin, indem eben die Punkte zu einer bestimmten Zeit erleuchtet werden. Und diese Sage Software, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, in welcher Umgebung das gebaut worden ist. Es gab keine höheren Programmiersprachen. Fortran als erstes höhere Programmiersprache ist 1957 entwickelt worden. Das ist also später gekommen. Sprich, die Leute haben mit einer Sampler- oder Maschinensprache gearbeitet. Es gab keine interaktive Entwicklungsumgebung, keine Terminals, kein Timesharing, also kein System, wo sich mehrere Entwickler in irgendwie ein System teilen konnten, so wie die Mainframes später. Und es ist halt rausgekommen, dass eine Instruktion ungefähr 50 Dollar gekostet hat. Damals war das noch so ein bisschen so eine Metrik, die man vielleicht geglaubt hat und die halt irgendwie relevant war. Heute ist man ja irgendwie weg davon, Lines of Code oder sowas zu messen. Und jetzt ist dann wieder die Frage, was zum Teufel haben die denn gemacht? Wie haben die dieses System gebaut? Und da sind halt relativ feste Requirements. Insbesondere auch deswegen, weil auch zum Beispiel die Hardware im Sinne Radarstationen und was auch immer da halt sonst ist an Flugabwehrequipment, die sind halt auch fest. Das heißt eigentlich, in Anführungsstrichen, geht es nur darum, dieses Zeug irgendwie zusammenzukleben und halt dafür zu sorgen, dass man eben herausfindet, wann Flugzeuge kommen und die dann entsprechend, oder ja, wahrscheinlich im Wesentlichen Flugzeuge und die dann entsprechend abzuschießen. Und es ist wesentlich teurer, eine Instruktion zu schreiben. Das wird heute sicher wesentlich billiger sein. Und ich kann halt mich nicht hinsetzen und kann halt sagen, ich probiere das mal kurz aus. Das ist völlig unmöglich. Ich habe halt Lochkarten, ich muss die Lochkarten stanzen, ich muss es halt irgendjemandem geben, der lässt es halt irgendwie laufen und so weiter und so weiter. Und das führt ja dazu, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, dieses System so zu bauen, dass man sagt, wir planen das, wir überlegen uns ganz genau, was wir machen wollen und dann bauen wir es, dann liefern wir es aus und dann funktioniert es. Und tatsächlich ist es so, dass es eine Abbildung gibt in einem Paper, was eben das Vorgehen bei Sage, das ist ein Paper aus den irgendwie 60ern so ungefähr, 50er, 60er, das Vorgehen bei Sage halt irgendwie diskutiert. Und das hat jetzt nicht diesen hübschen Wasserfall, aber also im Sinne von, dass da jetzt irgendwie so Dinger sind, wo es halt das Wasser den Wasserfall runterläuft. Aber hier ist ein Operational Plan, da gibt es eine Machine Specification, Operational Specification Program, Specification, Specification Coding, Testing. Ihr könnt es halt selber lesen, Shakedown System Evaluation. Das heißt also, de facto reden wir hier über einen Wasserfall, wo es verschiedene Phasen gibt und insbesondere ist es so, dass es halt keinen Rücksprung gibt und es ist auch nicht erkennbar, dass das zweimal durchlaufen wird. So weit, so gut. Wie ist es denn nun wirklich passiert? Das hier ist eben ein Paper von dem, eine Abbildung von dem Originalpaper, das tatsächlich irgendwie scheinbar zumindest einen Wasserfall erläutert. Und es gab 1983, wurde das Paper nochmal neu veröffentlicht. Da gibt es halt den Herrn Böhm, der sich halt darum gekümmert hat, wie eigentlich, ich glaube Gary Böhm heißt der, wie eigentlich Softwareentwicklung funktioniert hat. Der war gerade in den 80ern halt sehr populär und hat sehr viel gemacht. Und der hat halt dafür gesorgt, dass dieses Paper nochmal veröffentlicht wird und hat halt die Originalautoren, die halt dabei waren, darum gewählt, nochmal Kommentare zu geben. Und da stellte sich halt heraus, dass Sage eben nicht ein Wasserfall war, sondern es gab erst ein Prototyp mit 35.000 Instruktionen, der gebaut worden ist von einem verhältnismäßig kleinen Team von lediglich 20 Personen. Dann sind halt die Module, die Schnittstellen und auch sowas wie Performanceanforderungen klar gewesen. Und das war sozusagen der Kern des vollen Systems. Also man hat irgendwie sozusagen ein kleines System gebaut, was mit einem reduzierten Funktionsumfang erstmal dafür gesorgt hat, dass irgendwie klar ist, was eigentlich zu bauen ist. Und dann hat man halt die nächste Iteration gebaut und das war eben das wirkliche System. Also es gab mindestens zwei Iterationen. Dieses Prototyp-Ding mit diesen 20 Personen und daneben das größere System mit mehr. Und dieser Mensch, der dort dieses Paper dann nochmal kommentiert hat und bei dem ursprünglichen Projekt dabei war, hat gesagt, der Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir in einem Schritt von 35.000 Instruktionen, also diesem Prototypen, auf über 100.000 Instruktionen gegangen sind und das große System gebaut haben. Stattdessen hätten wir eigentlich so ein Framework bauen sollten. Und tatsächlich ist damit so ein Framework gebaut. Framework bedeutet ja ein Rahmenwerk, wo also EntwicklerInnen dann selber irgendwas einfüllen können. und dann hätte er diese 35.000 Instruktionen in dieses Framework halt eingepasst, hätte das halt getestet, weiterentwickelt und er erwartet, wenn man das so gemacht hätte, also noch stärker iterativ mit mehr und kleineren Iterationen gearbeitet hätte, hätte man die Kosten für dieses System um 50 Prozent reduzieren können. So, und das ist halt insofern spannend, als dass eben der erste große Software-Entwicklung, den es wahrscheinlich gab, mindestens zwei Iterationen hatte und die Lesson learnt ist, aus diesem ersten Ding ist, mehr Iterationen zu machen. Es war keine gute Idee, nur zwei zu machen, man hätte mehr machen sollen. So, und das führt halt zu der Frage, wer zum Teufel hat eigentlich wann überhaupt jemals Wasserfall als ernsthaftes System zur Entwicklung von Software vorgeschlagen? Na, und dafür gibt es halt diese interessante Geschichte von den Leprochons. Ich habe ja hier mal Bing darum, den Bing Image Creator darum gebeten, mir so ein Bild von Leprochons zu erzeugen. Das sind so irische Kobolde und die Leprochons, die Leprochons of Software Development, das ist ein Buch von dem Laurent Basavie, der halt aufgeschrieben hat, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die wir glauben, also nicht zum Beispiel dieser 10X-Entwickler, den es ja angeblich gibt und ist halt dem auf den Grund gegangen, um herauszufinden, wie das denn nun tatsächlich aussieht mit diesem 10X-Entwickler. Ich werde jetzt nicht den Fehler machen, diese Story zu erzählen, weil sie kompliziert ist, aber ich werde zumindest einige Teile aus der Geschichte rund um das Wasserfallmodell erzielen. und zwar ist es so, dass wir hier die Anzahl der Zitierungen, also hier oben ist ja, das war nicht das, was ich wollte, das war das, was ich wollte hier oben, das ist dieses Royce-Paper von 1970, also der sogenannte Wasserfallartikel, das haben wir schon, dass das in Wirklichkeit der nicht ist, aber es muss ja nun irgendwelche Leute geben, die halt bis zu Abbildung 2 war es glaube ich oder 3 in diesem Paper gelesen haben. Die Frage ist, wann haben diese Leute das halt irgendwie getan und wann haben sie das zitiert und die Antwort ist, da so, also so Ende der 90er, Anfang der 2000er und das bedeutet halt, dass es halt, dieses Paper halt nur zitiert worden ist im Wesentlichen, um halt zu sagen, das ist übrigens das, was wir nicht machen wollen, wir sind nämlich agil. und dabei ist etwas zitiert worden und halt ein Eindruck entstanden, den es nicht gibt, nämlich, dass dieses Paper tatsächlich ernsthaft ein Wasserfallmodell im ursprünglichen Sinne irgendwie vorschlägt und das ist halt Quatsch. Das steht nun wirklich da nicht drin. So, das heißt also, das ist so ein Strohmann, also wenn ich halt das wirkliche Argument nicht beseitigen kann, dann argumentiere ich halt gegen einen Strohmann, der halt tatsächlich dann eben nicht stimmt. Das heißt, ich nehme halt ein einfacher zu bekämpfendes Argument. Also ich sage halt, guck mal hier, dieses Modell, das ist halt irgendwie total quatschig, das wollen wir nicht, wir wollen agil sein, aber dabei bekämpfe ich ein Modell, das niemals irgendjemand vorgestragen hat, also ist das eben ein Strohmann, ein Strohmann, etwas, was eben niemals jemand gefordert hat. Übrigens auch etwas, was man in der politischen Diskussion sieht und das bedeutet, dass eben dort Agilisten gesagt haben, der Royce, der hat dieses komische Wasserfallmodell vorgeschlagen und das ist halt doof und das wollen wir nicht, aber das hat er nicht vorgeschlagen und da sollte man eben nochmal in die Leprochance genau reingucken. Es macht wenig Sinn, das jetzt hier irgendwie nachzuerzählen, weil es, also nicht, es geht ja gerade um Detailsachen, und hier will ich halt eigentlich sozusagen auf einer Oberfläche halt den Überblick geben, da würde ich euch also darum bitten, das nochmal genauer nachzuschauen. Die Geschichte ist halt jedenfalls extrem spannend. Also, wenn wir feste Requirements haben und Wasserfall machen wollen, ich wüsste nicht, warum das eine Option sein sollte. Ich wüsste auch nicht, wer das ernsthaft vorsteht. Es gibt keine gute Historie, keine guten Leute, die das vorschlagen, sondern es gibt eben solche Leute wie den Royce oder das Sage-Projekt, die was anderes vorschlagen. Und das hat eben mich motiviert, bei Software-Architektur im Stream, diese Frage zu stellen, gibt es eigentlich das Wasserfallmodell überhaupt? So ein bisschen, so eine, wie soll ich sagen, eine rhetorische Frage. Und ich habe dann noch den etwas weniger freundlichen Titel für diesen Blogpost gewählt, nicht Wasserfallmodell, LOL, weil ich eben tatsächlich Schwierigkeiten habe, wenn man das eben ernsthaft vorschlägt. Bedeutet das, dass wir agil sein müssen? Das ist ja so ein bisschen das, was jetzt sozusagen im Raum schwebt. Und es ist ja auch tatsächlich, also nicht, wir sind ja hier auf einer Veranstaltung, die hat sich mit Scrum beschäftigt, also tatsächlich etwas über agile Projekte oder agiles Vorgehen halt sagt. Und hier ist es halt wichtig zu sagen, ich rede halt über Iterationen, ich rede nicht unbedingt über Agilität. Iteration bedeutet, dass ich das System in mehreren Iterationen baue. Agilität bedeutet für mich zumindest, dass ich Änderungen, insbesondere in den Requirements und an dem, was halt um mich herum passiert, dass ich das umarme, eben embrace. Und das ist noch was anderes. Also es ist jetzt nicht so, ich halte es für verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass ich halt die, die Anforderungen bei Sage oder im Bereich von Luft- und Raumfahrt so massiv ändern, wie das vielleicht in einem ergebenen Projekt im E-Commerce oder dich, wo ich halt Product Market fit finden will und vielleicht auch mal ein Pivot mache in der Strategie des Unternehmens. Da werde ich wahrscheinlich eine andere Ebene haben von Änderungen bei den Anforderungen. Aber es ist eben trotzdem, und man sieht das hier übrigens auch, also ich habe hier nochmal diese Royce-Abbildung und hier oben ist halt das mit den System Requirements und die erhebe ich eben einmal. Und das sagt er halt in dem Paper nicht, dass die halt mehrmals erhoben werden. Das ist aber gerade das, was wir ja eigentlich versuchen, Refinements und so ein Zeug, um halt herauszufinden, was wir denn nun wirklich bauen wollen. Und wir kriegen halt Feedback und überlegen uns dann was anderes. Das ist hier irgendwie nicht so sehr der Punkt. Und heute haben wir eben diese vielleicht eher ändernden Requirements. Nicht Software ist noch softer geworden. Damals waren es ja Sachen, die halt sehr teuer sind zu ändern. Und diese Iterationen sind halt immer noch sinnvoll und hilfreich. Und deswegen ist es vielleicht logischerweise sinnvoll, dann agiert zu sein, um eben Kundenfeedback einzubeziehen und sich dementsprechend halt auszurichten. Aber das ist was anderes als das Iterative. Was ich halt lustig finde, ist, ich weiß nicht, ob jemand sich noch an diese Hinweise von dem Royce erinnert. Und da gibt es halt das Fünfte. Und das Fünfte ist, beziehe den Kunden mit ein. Und ich, 1970, im Bereich Luft- und Raumfahrt. Und nicht, also was ich manchmal höre, sind solche Sachen wie, ich habe noch mit keinem Benutzer seit mehr als einem Jahr gesprochen. oder das fand ich halt besonders schön, Benutzer sehen keine Optimierungspotenziale in unserer Software. Jede Software, die ich benutze, da kann ich ein paar Sachen nennen, die ich halt irgendwie anders machen würde. Ob die dann irgendwie wirklich anders gemacht werden müssen, ist halt eine andere Frage. Aber das ist ganz komisch, nicht? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es solche BenutzerInnen gibt, außer die sind irgendwie super frustriert. Oder nicht sowas wie die Requirements stehen da doch. Wieso wird es mit einem Kunden oder einem Benutzer sprechen? Und das führt zu der Frage, warum zum Teufel sprechen wir eigentlich über den Wasserfall? Oder warum spreche ich über den Wasserfall? Der Grund, warum ich über den Wasserfall sprechen möchte, ist, weil ich glaube, dass wir da in Wirklichkeit eine fundamentale Fehlwahrnehmung darüber haben, wie das, was wir hier alle tun oder an dem wir alle beteiligt sind. Ich würde zum Beispiel nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich Software entwickle, sondern ich helfe anderen Leuten dabei, das zu tun. Das funktioniert anders, als viele Leute, glaube ich, glauben. Und Softwareentwicklung ist vielleicht auch anders als viele andere menschliche Aktivitäten. Wir haben mittlerweile 70 Jahre Softwareentwicklung in Teams. Wir wissen es länger, als ich lebe, wie sowas eigentlich funktionieren sollte. Und irgendwie haben wir es halt immer noch nicht auf die Reihe bekommen, das halt richtig umzusetzen. Und da gibt es jetzt eine andere spannende Geschichte. Und zwar ist die andere spannende Geschichte, wir sind ja irgendwie nicht alleine auf der Welt. Es gibt andere Ingenieursdisziplinen. Das funktioniert besonders gut in Englisch nicht, weil in Englisch heißt das Ding Software-Engineering. In Deutsch ist das nicht so. Wir haben nicht Software-Ingenieurswesen. Das Ding heißt Software-Technik. Also die Christiane Fleut, die ich am Anfang zitiert habe, war zum Beispiel die erste Professorin für Software-Technik in Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute, was wir sonst Software-Engineering nennen würden. So, und ich war halt kurz davor, einen Blogpost zu schreiben darüber, was wohl passieren würde, wenn wir als Leute, die halt irgendwie in der Software-Entwicklung tätig sind, Brücken bauen würden. Und habe mich dann zum Glück erinnert an Hillel. Hillel Wayne hat verschiedene Crossovers interviewt. Crossovers sind solche Leute, die jetzt Software-Engineers sind, aber vorher Engineering in irgendeinem anderen Bereich betrieben haben. Also nicht nur abstrakt gelernt haben, sondern es auch wirklich gemacht haben. Und warum das halt so eine super coole Idee ist, ist, weil das sind Leute, die man jetzt ernsthaft fragen kann, sag mal, das, was du damals gemacht hast, also Chemical Engineering, das sind Leute, die sich halt darum kümmern, wie man so Chemieprozesse in der chemischen Industrie auf die Reihe bekommt. Civil Engineering sind so Bauingenieure, Electrical Engineers sind so Elektro-Ingenieure, die irgendwie, weiß ich nicht, Platinen oder sowas entwerfen. Und die hat er jetzt irgendwie gefragt, nachdem sie jetzt zu Software-Entwickler geworden sind oder Software-Engineers, sag mal, wie ist denn Software-Engineering anders von dem, was du vorher in den anderen Ingenieurs-Disziplinen gemacht hast. Und das ist eine relativ spannende Sache, denn eine, also hier steht jetzt, jede Art von Engineering ist iterativ. Vielleicht ist das etwas zu krass ausgedrückt. Jede Art von Engineering hat einen Kosten für eine Iteration. Also wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und sage, ich mache eine Platine, ich habe irgendwas in Erinnerung von 5.000 Dollar, dann kostet das halt 5.000 Dollar. Das heißt also, ich werde eine Iteration, die ich jetzt mache, kostet dann 5.000 Dollar und darauf werde ich irgendwie optimieren. Wenn ich halt ein Haus baue, ist das was anderes. Übrigens, wen es interessiert? Also Brücken, nicht? Brücken werden doch garantiert gebaut und bleiben da, wo sie sind. Ist doch klar. Es gibt Bücher darüber, wie man Brücken versetzt. Und das ist genau eins der Probleme, weswegen es so wahnsinnig schwierig ist, etwas zu sagen über andere Ingenieursdisziplinen, wenn man nicht selber darin gearbeitet hat, weil es einfach anders ist, als man es sich vorstellt. Und das ist halt, also das ist sozusagen das eine, was ich da als Botschaft übergeben möchte. Jede Art von Ingenieurswissenschaften ist iterativ und versucht iterativ zu sein, ist begrenzt dadurch, durch die Kosten. Das ist so, glaube ich, ein Takeaway, den man da haben kann. Aber nicht, guckt euch, ich habe gleich die Quelle, guckt euch die Quellen gerne nochmal selber an. Und die andere Sache, die ich halt spannend fand, war, also Hillel hat halt die Leute gefragt, hey, was ist denn sowas, was ihr sozusagen gerne von eurer alten Disziplin mitgenommen hättet? Und da kam interessanterweise raus, es wäre vielleicht schlau, sich am Anfang eines Projektes mal hinzusetzen und ein bisschen mehr zu planen. Und das finde ich halt deswegen interessant, weil wir ja solche Sachen haben, wie You Ain't Gonna Needle, nicht? Jagni oder Big Design Upfront, B-Duff, die halt irgendwie darauf abziehen, zu sagen, nein, du willst nicht am Anfang dir Gedanken darüber machen, was du eigentlich machst. und das scheint so zu sein, dass uns die Ingenieure, die anderen Ingenieure eher den Tipp geben, da halt irgendetwas mehr zu planen. Also es soll nicht Big Design Upfront sein, es soll nicht fein spezifiziert sein, aber das, was die zumindest zu sagen scheinen, ist, dass wir es ein bisschen übertrieben haben. Das ist halt ein subjektiver Eindruck, macht sozusagen damit, was ihr wollt. Dass übrigens andere Arten von Engineering so iterativ sind, so überraschend finde ich das nicht. Und ich muss dir dieses Beispiel einfach bringen, weil es halt so schön, finde ich, anschaulich ist. Das hier ist ein Porsche 959, das ist so ein Supersportwagen aus den 80ern, steht im Porsche-Museum in wenig überraschend Stuttgart, also unweit von hier. Konnte man damals spielen in Need for Speed. Wenn ich mich recht entsinne, die erste Iteration davon. und das hier ist ein Prototyp von einem Porsche 959 und wie man sieht, ist das Ding jetzt irgendwie, also was ich halt dabei so spannend fand, war, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also die haben hier, das scheint Metall zu sein, da ist übrigens auch ein Lenkrad drin, ich weiß nicht, ob das Ding fährt, also ich weiß es wirklich nicht. Und das hier ist irgendwie so Holz und hier ist die Rückansicht und diese Ecke fand ich halt spannend, weil da ist so Glasfaser drauf, also so eine Glasfasermatte, die hat da irgendwie draufgeklebt, das ist mit Epoxiaz. Also die haben eine Iteration gebaut, das ist nämlich irgendwie eine Iteration von diesem Porsche 959 und haben damit irgendwas ausprobiert. Ich weiß aber nicht genau was, also mir ist es nicht offensichtlich, also es ist nichts, was ich jetzt in den Windkanal stelle, weil dafür brauche ich das Interieur nicht. Das ist auch nichts, womit ich vielleicht auf die Straße fahren will, weil nicht, also da sind so offensichtlich Dinge, die halt fehlen, keine Ahnung. Aber sie haben jedenfalls eine Iteration gemacht und eben auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Stoffen. Und das ist, ich glaube nicht, dass das jemand von uns eigentlich überrascht. Wir wissen, dass die Leute so arbeiten. Das bedeutet aber, dass sie in Wirklichkeit eben auch eine Iteration bauen. Es ist nicht so, dass die sich jetzt hingestellt haben und gesagt haben, wir bauen diesen Porsche 959, dann haben sie halt geplant und gemacht und gemacht und dann kam halt hinten die Fabrik raus, die halt in Serie Porsche 959 produziert hat. Nein, so war es wenig überraschend nicht. Hier ist die Quelle. Ich habe also mit dem Hillel tatsächlich letzte Woche, ich glaube am Mittwochabend, gesprochen und eine Stunde über dieses Thema gesprochen, AB Engineers. Wenn ihr dort hingeht, findet ihr auch die Links zu dem Blogpost. Das sind, glaube ich, insgesamt derer drei, wo er irgendwie genau darüber spricht, was diese Crossovers alle zu berichten hatten und so weiter und so weiter. Und das ist eben ein weiterer Hinweis darauf, dass das, was ich hier irgendwie diskutiere, nicht etwas ist, wo wir uns jetzt hinstellen. Das ist übrigens auch so ein Problem, nicht? Also, das ist auch etwas, was er am Anfang gesagt hat. Irgendwie zerfallen die Softwareentwickler in den zwei Schulen. Die eine Schule sagt, das, was die Ingenieure machen, wir machen viel schwierigere Sachen. Wir bauen die komplexesten Systeme und ständig ändert sich alles. Und dann gibt es halt die andere Schule, die halt sagt, das, was wir machen, also die Ingenieure gehen ja richtig uns strukturiert vor, während wir halt irgendwas hinhecken. Also entweder sind wir halt wahnsinnig viel weniger wert oder wahnsinnig viel mehr wert. Und eigentlich so ein bisschen das Ergebnis, wenn ich es halt in einem Satz zusammenfassen sollte, was der ganzen Diskussion, glaube ich, nicht Genüge tut, ist eigentlich eher so, naja, wir machen halt ungefähr dasselbe, nur unter halt ein paar bestimmten Constraints, eben zum Beispiel, dass Software relativ soft ist. Und es gibt auch weitere interessante Geschichten. Also zum Beispiel ist es ja eben so, ich habe ja über Aerospace gesprochen, da gibt es ja ein integriertes Produkt aus Software und Hardware. Und Probleme, die halt die Hardware hat, kann man versuchen, in der Software auszugleichen, so wie das Boeing mit der 737 Max zum Beispiel versucht hat. Was ja auch fast geklappt hätte, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt kann man trotzdem versuchen zu sagen, naja, aber es gibt doch vielleicht so ein paar Sachen, die halt stabil sind. Also vielleicht sollten wir halt so eine stabile Architektur definieren können. Das ist wieder mein Thema, Architektur. Und da möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass wir halt 19, also wir nicht, aber die Leute, die halt 1956 versucht haben, dieses System zu bauen und es ja auch hoffentlich erfolgreich gebaut haben, die haben halt irgendwie gesagt, dieses Testen, evolutionär weiterentwickeln, hätte halt massiv Kosten gespart. Und so eine Aussage wie, wir müssen aber die Architektur am Anfang richtig hinbekommen. Also ich bin halt Architekturberater und das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man halt sagt, ist das eine tragfähige, zukunftsfähige Architektur, was ja irgendwie impliziert, haben wir jetzt mal die richtigen Entscheidungen getroffen, die uns halt über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte halt bringen. Und ich finde das halt schwierig, weil damit sozusagen als Fehler dann rauspurzelt, wenn ich halt feststelle, dass diese Architektur vielleicht doch suboptimal ist und ich sie ändern muss, dann ist das etwas, was irgendwie entsetzend produziert. Und ich finde das halt auch schwierig, weil wir eben schon länger wissen, dass wir eigentlich dort Feedbackzyklen brauchen und das eben auch 1970 mit den damaligen einfacheren Systemen, die ja typischerweise dort gebaut worden sind, in einem Bereich, der eben so fest ist wie Luft- und Raumfahrt. Und auch hier steht etwas von Design-Iterationen, das ist sogar im Plural. So, und da jetzt, wenn wir zu sagen, hey, wir machen mal kurz die Architektur und die wird dann irgendwie schon fein sein und dann haben wir es halt, finde ich halt irgendwie schwierig. Und ich würde halt behaupten, es gibt verschiedene Gründe, weswegen wir lernen. Wir lernen halt etwas über die Domäne. Wir erkennen neue Dinge darüber, was der Kunde denn nun wirklich will, wie es wirklich in der Domäne aussieht, wie die Sachen wirklich funktionieren. Wir haben ändernde Requirements und wir haben auch vielleicht bessere Architektur-Skills. Also ich verdiene mein Geld damit auch, Leuten Dinge beizubringen durch Trainings oder durch Consulting und ich wäre ehrlich gesagt enttäuscht, wenn die rausgehen und sagen, ich mache das jetzt genauso wie vorher. So, und das bedeutet halt, dass irgendwie die Architektur sich ändert, weil sich halt die Skills ändern. Und ich würde jetzt behaupten, das sind drei unabwendbare Treiber. Ich kann nicht sagen, hört mal zu, ihr müsst alles über die Domäne wissen. Ihr dürft nicht lernen. Ihr müsst sofort alles wissen. Das ist absurd. Wir werden über die Domäne wissen. Die Requirements werden sich ändern. Also es gibt diese Theorie, die Diskussion, was mache ich bei festen Requirements, das ist absurd. Das gibt es einfach nicht. Und wir können halt auch nicht in Abrede stellen, dass sich halt die Architektur-Skills verbessern. Daraus ergibt sich, dass wir die Architektur ändern müssen. Und daraus ergibt sich eben, dass wir keine zukunftssichere Architektur haben können. Im Sinne von, wir schreiben es jetzt hin und es bleibt so. Und ich finde es sogar schwierig, weil wenn ich sage, diese Architektur soll zukunftssicher sein, dann baue ich so ein Bias ein, in Richtung von, ich ändere sie nicht. Also wenn ich mich hinstelle und sagen muss, das ist eine zukunftssichere Architektur. Und ich muss nach einem Jahr sagen, liebe Leute, ich habe mich leider getäuscht. Und das stimmt ja noch nicht mal. Ich habe etwas über die Domäne gelernt. Oder ich weiß jetzt, wie es besser geht. Ich habe ja eine bessere Idee. Ja, dann ist die Architektur ja gar nicht zukunftssicher gewesen. Wie stehe ich denn da? Und deswegen finde ich das halt tatsächlich schwierig. Und ich habe das mal in einem Talk, hier gibt es auch einen Link, auf einem YouTube-Video, wo ich das halt irgendwie komplett, also nicht das irgendwie eine Stunde diskutiere, finde ich halt auch schwierig da irgendwie zu sagen, das ist aber nun fest. Und das ist auch wieder überraschend, denn Architektur scheint ja das Stabile zu sein. By the way, Brücken werden versetzt. Das hatte ich gerade eben schon diskutiert. Wir sollten aber doch zumindest dazu in der Lage sein, Best Practices zu definieren. Es gibt dieses Cinefin-Framework. Da geht es halt darum, sozusagen Sense-Making-Framework nennt sich das. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich dafür ein Experte bin, aber die sagen halt, es gibt, oder das Framework sagt, es gibt da halt verschiedene Bereiche. Also es gibt diese klaren Cause-Effekt-Beziehungen. Ich habe halt irgendeinen Auslöser und da passiert halt irgendetwas und da kann ich Best Practices haben. Ich weiß halt, was passiert und dann weiß ich halt, das ist halt der beste Lösungsweg. So, dann habe ich halt so complicated Sachen, wo ich halt Analyse haben muss. Und da habe ich so Good Practices, wo ich halt verschiedene Sachen irgendwie aus, mir aus verschiedenen Sachen was aussuchen kann. Und dann habe ich so diese komplexen Sachen, wo ich irgendwie sage, okay, ich mache irgendetwas und dann passiert irgendetwas und ich kann es erst im Nachhinein irgendwie sehen, was dort eigentlich passiert ist. Ich würde insbesondere sagen, dass soziale Systeme dazu gehören. Wenn ich zum Beispiel in einem Team irgendetwas tue, kann ich halt nachher sagen, war doch klar, dass das passiert, aber ich kann es irgendwie vorher nicht sagen. Und das ist eben dort etwas. Und dann haben wir halt diese chaotischen Sachen, wo ich halt gar nicht weiß, wie die Wirkungszusammenhänge sind. Und dann muss ich mir halt neue Ansätze halt überlegen. So, und die Hypothese, also was ich hier hilfreich finde, ist, dass sozusagen als, ja, es ist ja ein Sensemaking Framework, sich halt zu überlegen, welche Art von Problemkategorien gibt es eigentlich. Und diese klaren sind halt sicherlich die, wo ich halt Best Practices haben kann. Und die These, die ich jetzt hineinführen würde, ist, klare Domänen sind wahrscheinlich nicht das, wo Softwareentwicklung erfolgreich ist oder weniger erfolgreich. Also nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Flugzeug habe, da habe ich halt irgendwie Checklisten und sage halt, durch diese Checkliste finde ich halt raus, kriege ich das Flugzeug halt in den Zustand, dass ich damit abheben kann. Das ist halt die klare Institutionalisierung einer Best Practice. Ich finde es schwierig, das Checklisten für die wirklichen Probleme in der Softwareentwicklung zu haben. Ich kann natürlich dort etwas irgendwie abchecken, aber das sind wahrscheinlich Dinge, die ich automatisiert haben werde, wo ich dann automatisch irgendwie mal habe, der sagt, nee, ist halt irgendwie nicht in Ordnung oder sowas. Und deswegen brauchen wir ja wahrscheinlich auch irgendwie Iterationen. Und deswegen glaube ich irgendwie, dass diese Geschichte mit diesen Best Practices auch schwierig ist. Ich habe darüber einen Blogpost geschrieben und auch bei Softwarearchitektur im Stream eine Episode darüber gemacht. Und deswegen glaube ich eben auch da wieder, dass das möglicherweise kontraproduktiv ist, weil ich halt durch eine Best Practice dazu verleitet werde, dass man halt sagt, steht doch da, so macht man das typischerweise. Und dann wird es halt durchexerziert, ohne dass jemand darüber reflektiert hat und nachgedacht hat, ob das jetzt in einem spezifischen Kontext halt irgendwie funktioniert und halt hilfreich ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich wichtig ist als Architekturberater. Also es ist halt fein, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Architekturentscheidungen treffen. Aber ich würde halt gerne eine Begründung haben. Und die Begründung ist vielleicht nicht, irgendjemand hat auf irgendeiner Konferenz gesagt, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Sondern es muss halt etwas sein, wo man halt sagt, wir haben halt dieses Problem und das lösen wir halt hiermit. Und ich mache halt selber Vorträge auf Konferenzen. Und wie gesagt, das ist so eines von den, wie soll ich sagen, von den Schwierigkeiten. Also ich habe schon, ich habe von einem Kollegen mal erzählt bekommen, in welchem Kontext Folien von mir gezeigt worden sind. Und die haben das Gegenteil von dem begründet, was ich eigentlich meinte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was ich meinte. Aber der halt nicht. Gut, bedeutet halt in der Zusammenfassung, Wasserfall ist halt einfach eine offensichtlich schlechte Idee. Aber das ist halt kein Wunder, weil es ist halt am Ende eben ein Strommahn. Wir müssen halt in Iterationen arbeiten. Und das wissen wir eigentlich, seit wir Softwareentwicklung auf einem vernünftigen Komplexitätsniveau machen. Also auf der Ebene, wo wir jetzt sagen, wir arbeiten halt in Teams. Es gibt relativ gute Indikatoren. Dafür würde ich behaupten, dass das die einzige Art und Weise ist, wie wir Software entwickeln können. Und das, by the way, ist auch der Grund, warum ich diesen Talk so genannt habe. Ich finde es echt schwierig, wenn ich jemandem erzählen muss, also ich tue das gerne, ich bin Berater, dafür werde ich halt bezahlt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, übrigens, wir machen hier Wasserfall, weil, nicht, also das kann ich halt hinnehmen und auch akzeptieren. Aber eigentlich kann das nicht angehen. Eigentlich müssten wir eine Situation haben, wo wir sagen, seit 70 Jahren wissen wir, dass das so funktioniert. Alle anderen Ingenieursdisziplinen haben eine ähnliche Idee. Warum diskutieren wir das Thema? So, und da würde ich halt gerne mal hinkommen. Was eben auch zum Beispiel bedeutet, dass halt Architektur sich weiterentwickeln kann. Es ist eine gute Idee, den Kunden mit einzubeziehen. Das wissen wir etwas länger, als ich lebe. Und diese Best Practices sind, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Ich glaube, wir müssen halt selber darüber nachdenken. und ich ziehe hier an einigen Stellen darüber her, aber ich möchte noch mal erinnern an den Anfang des Talks. Also die Frage ist ja, warum zum Teufel haben wir diese Diskussion noch? Also wenn das halt alles so offensichtlich wäre, dann könnte ich jetzt einen Vortrag halten über ein anderes Thema. Aber ich fühle mich ja dazu genötigt, dieses Thema zu diskutieren. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass es dann doch irgendwie intuitiv ist. Also wir planen, wir machen etwas, wir kriegen ein Ergebnis, alles ist gut. Und wir stellen ja auch diese Thesen auf darüber, wie andere Branchen das sicher machen, die halt dann möglicherweise eben genauso falsch sind. Genau. Und das ist halt auch vielleicht so so ein Punkt. Es ist wichtig, glaube ich, Dinge halt zu hinterfragen und sich halt zu schauen, wo das übrigens herkommt. Achso, ich habe noch eine Quizfrage, wen es interessiert, wenn wir, na doch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was, Dunbar-Nummer, äh Zahl, nicht? Das ist die Anzahl an Leuten, die man so kennen kann, mit denen man eine vernünftige Beziehung haben kann. Die ist so 150. Weiß jemand, wie die ermittelt worden ist? Du weißt es? Parkplätze beim Datenprojekt? Nein. Der Herr Dunbar hat sich die Gehirngröße von verschiedenen Primaten angeguckt und die Gruppengröße, die diese Primaten hat. Und hat das extrapoliert und hat dann gesagt, Mensch, also ich habe es aus Wikipedia gelesen, ich hoffe, das ist richtig, sonst erzähle ich halt Unsinn, aber dann wisst ihr zumindest, wo es steht. Er hat also daraus extrapoliert, die Zahl ist 150. Es gibt dann Experimente, die kommen auf so 200 und das ist ja eine Verteilung, nicht? Also irgendwie so eine Kurve. Wie groß ist der Bereich für die 95%? Also dass man 95% aller Leute da drin hat. Also ich habe es nicht genau im Kopf, aber guckt euch mal das Wikipedia an. Das ist so 10 bis 200. So und nicht, also da muss man jetzt nochmal genauer reingucken und nicht Peer-Reviewed Papers wahrscheinlich, aber ich würde daraus jetzt irgendwie ableiten, dass es zum Beispiel gute Gründe dafür gibt, anzunehmen, dass diese Dunbar-Nummer einfach nicht existiert. Aber nicht, also lest euch den Wikipedia-Artikel durch und schaut euch das selber an. Genau. Und das erzähle ich halt hier, weil es ist eben, und das ist übrigens auch das, was ich bei Hillel so super finde, der hat jetzt gerade was veröffentlicht zum Thema, der älteste Name, den es in den USA noch gibt, in Gebrauch ist, offensichtlich Daniel. Den gibt es nämlich seit über 3000 Jahren. So und da gibt es dann die Blockartikel von ihm. Also wir müssen uns halt an einigen Stellen vielleicht wirklich tiefer damit beschäftigen, vielleicht nicht bei dem Vornamen Daniel, aber generell, auf welchem Fundament wir Dinge aufbauen. Und gerade bei dem Wasserfallmodell ist das halt echt schwierig, weil da ist nichts. Also das gibt es nicht. Es gibt niemanden, würde ich behaupten, der ernsthaft jetzt sagt, das ist halt ein Ansatz, mit dem wir es so verwickeln können. So Sage 56, Royce 1970, das meiste davon ist älter als ich. Wir reden immer noch drüber, das ist keine schnellliebige Industrie. Das kann mir niemand erzählen. Das Wissen von 1970, also von bevor ich geboren worden bin, wenn wir das halt umsetzen würden, flächendeckend, wären wir vielleicht besser da nicht. Kunden involvieren beispielsweise. Und diese Leprochance-Bekämpfung ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Das Buch von dem Laurent Boursovy hatte ich ja verlinkt. Also das ist halt Berlin-Pub, das ist nicht teuer und dauerlicherweise nicht fertig. Ich vermute auch, dass es nie fertig werden wird, aber es ist trotzdem ein spannendes Buch, was man da durchlesen kann. Es gibt auch eine Episode mit Hillel und Laurent bei Softwarearchitektur im Stream hatte ich jetzt nicht verlinkt zum Thema empirische Softwareentwicklung. Also was können wir eigentlich wissenschaftlich nachweisen, was tatsächlich bei uns in der Softwareentwicklung gut funktioniert. Genau, das hatte ich schon gesagt. Wir sind halt nicht so schnelllebig. Wen das interessiert hat und wer jetzt irgendwie sagt, cool, mit dir würde ich halt gerne mal so mein Problem besprechen. Es gibt dieses 60-Minuten-Consulting, das findet online statt, ist kostenlos und kann man halt einfach buchen. Da gibt es ja irgendwie ein Calendly und da könnt ihr halt einen Slot mit mir buchen. Werbeblock zum Ende. Sonst gibt es auch verschiedene Trainings, die ich gebe. Es gibt zum anderen Softwarearchitektur Kickstart-Training. Das findet in Frankfurt statt und 2017 und 2018. Und da habe ich so vier Themen aus dem Bereich Softwarearchitektur, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist halt, also Startpunkt war, wie bekomme ich es hin, dass Leute nach einem Training tatsächlich ihr Verhalten ändern. Das wäre halt eigentlich super. Und ich glaube, ein Aspekt ist, erzähl den Leuten Dinge, die sie typischerweise noch nicht wissen und die halt tatsächlich das, was sie tun, beeinflussen und lass sie es tatsächlich im Training tun. Und das ist das, was ich im Kickstart mache. Das heißt, es geht um sowas wie grobkernulare Modularisierung, Strategic Domain-Domain-Design, Umgang mit Legacy-Systemen und Qualitätsszenarien. Diese vier Dinge, wenn die sozusagen jede Architektur machen würde, wären halt viele von den konseitigen Sachen halt irgendwie durch, die ich halt so mache. Und deswegen habe ich das da irgendwie ausgewählt. Und außerdem gibt es das ISRQB Flex-Training. Da geht es halt um so flexible Architektur, Microservices, Self-Contained Systems. Ich habe ein paar Bücher zu dem Thema geschrieben und habe auch den Lehrplan mitentwickelt. ISRQB ist so ein Verein, der halt sich um die Qualifikationen von Software-Architekten kümmert. und da könnt ihr halt auch gerne teilnehmen. Es gibt dieses schöne Buch von uns, von SpecLab, zum Thema Softwareentwicklung der Menschen im Mittelpunkt, wo alle MitarbeiterInnen von SpecLab, so viele sind es noch nicht, was darüber geschrieben haben, was das eigentlich für die jeweilige Person bedeutet. Was, glaube ich, auch ganz spannend ist. Und zum Abschluss noch dieser Hinweis auf diese E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eine E-Mail hinschicken. Da kriegt ihr dann die Folien und so ein paar freie Büchleins. Wenn ihr die E-Mail schickt, dann hängt dahinter ein Amazon Lambda-Skript. Das heißt, die E-Mail-Adresse wird für 14 Tage gelockt zum Data-Privacy-Hinweis. Das hier ist ein QR-Code. Wenn ihr den scannt, kommt ihr direkt auf den OneDrive. Dann habt ihr nur Microsoft-Infrastruktur, dafür aber dann kein Amazon. Ja, genau. Dann würde ich sagen, bin ich soweit durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich stehe, glaube ich, für Fragen zur Verfügung, wenn es noch Fragen gibt. Gibt es noch Fragen? Ich sehe da... Ich sehe nichts. Nee, ich glaube, das war nur ein Telefon. Jemand, der ein Telefon hochgehalten hat? Du hast eine Frage. Ja. Einen Moment. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Also, wir arbeiten im öffentlichen Dienst. Jetzt. Und am Anfang hieß es natürlich, wir arbeiten nach Wasserfall. Und dann musste ich mich natürlich einfügen. Ich bin ja auch so ein bisschen Consultant und ich muss in meinem neuen Team so arbeiten, wie die Leute arbeiten. Ich muss schließlich Geld verdienen. Und sobald wir angefangen haben, hat sich herausgestellt, dass die Leute gleich rumrennen, die Kunden befragen, eigene Dokumente erstellen, wo sie jetzt die nächsten paar Tage damit arbeiten, iterativ vorgehen und dann am Ende der Iteration alle sich hinsetzen und sagen, ja, wir haben wunderbar nach Wasserfall gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, so funktioniert Wasserfall nicht schlecht. Eigentlich. Auch bis heute noch, muss ich sagen. Deshalb habe ich gesagt, Wasserfall kann funktionieren, wenn es iterativ, vernünftig, nach Good Practices, die man kann, oder eben nach Analyse von den Praktiken, die man vielleicht nicht unbedingt einsetzen muss oder will und natürlich unter Zuhilfenahme von Kundenexpertise zu jedem Schritt, wo man sich unsicher ist, was man tut. Im Prinzip, so kann man Wasserfall betreiben. Genau, also wenn man Wasserfall halt iterativ, inkrementell macht, mit Kundenfeedback, also kein Wasserfall, dann kann man Wasserfall machen. Ja, so. Das ist halt letztendlich das, was dabei rauskommt. Und by the way, also, ich fand halt diese Episode mit der Christiane Floyd halt spannend, nicht? Also die ist halt jemand, der ja nun tatsächlich dabei war und was sie halt berichtet hat in dieser Episode, also guckt es euch gerne selber an, ist halt, dass tatsächlich das Feedback aus der Praxis kam. Also sie hat halt damals bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, wenn ich das recht entsinne. Das Feedback aus der Praxis kam, so kann man nicht vorgehen. Und das ist im Prinzip das, was du auch sagst. Wenn ich jetzt sage, ich mache halt strikt stumpf Wasserfall, so wie es halt theoretisch ist, dann wird halt in der Praxis etwas anders passieren. Und das ist genau der Punkt. Das bedeutet, dieses Modell funktioniert nicht, existiert nicht. Hier ist eine Frage. Genau, von mir noch eine Frage. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, gibt es das Wasserfall überhaupt? Und ich war jetzt vor kurzem erst in einem Projekt unterwegs, wo wir irgendwann mal eine Excel-Liste hatten mit bis zu 500 Zeilen im Gantt-Chart. Und wenn du sagst, Mensch, dieses Wasserfall gibt es eigentlich gar nicht, woher kommen dann diese großen Gantt-Chart-Tapeten und diese IPMA-Level-D-Zertifizierung, wie hat sich das Ganze dann so entwickelt und verselbstständigt? Also nochmal, die Frage ist ja, ob das eben tatsächlich Wasserfall ist. Wir haben ja gerade eben ein Beispiel davon gehört, dass halt man die Illusionen haben, also nicht wahrscheinlich ist es so, was du halt gerade eben sagtest, dieses Projekt, dass es eben offiziell, oder so habe ich es sogar verstanden, dass es halt offiziell sagt, es macht halt Wasserfall, aber in Wirklichkeit tut es das nicht. So und von daher ist ja erstmal die Frage, was man da drunter versteht. Und die zweite Sache, also wie soll ich sagen, ich bin nicht sicher, das ist eine interessante Frage, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich das gerne anschauen wollen, ich zähle ehrlich gesagt nicht dazu. Ich möchte halt gerne dafür sorgen, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass dieses Modell mit der klaren, getrennten, nicht iterativen Abfolge von Phasen ein Hirngespinst ist. Das gibt es nicht. Es ist nicht praktisch durchführbar und es kann, man kann niemanden finden, auf den man sich da sozusagen berufen kann. So, Seitennotiz, also vielleicht ist das auch noch etwas, was halt interessant ist, ich hatte mit, 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 eben diese Episode gemacht mit mit Hillel und da war, ich erinnere nicht mehr, was das genau war, irgendjemand hatte im Internet halt so einen Kommentar halt vorher schon losgelassen und hatte halt gesagt, irgendjemand hatte in einem Buch dieses und jenes geschrieben, also auch etwas, was halt dieser Idee widersprach, dass wir halt im Wesentlichen dasselbe machen wie halt alle anderen Engineers. Ich habe die, die hat es nicht mehr im Kopf. Was Hillel dann gemacht hat, ist, er hat halt gesagt, okay, ich gucke mir jetzt mal an, wer ist diese Person und hat diese Person tatsächlich als Ingenieur gearbeitet, gearbeitet, nicht eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt halt ganz viel, also ich will nicht ausschließen, dass halt Leuten irgendwo beigebracht wird auf irgendwelchen Hochschulen, bedauerlicherweise, dass es halt dieses Wasserfallmodell möglicherweise gibt. Das ist schade, die werden dann halt in der Praxis was anderes erleben. Und da ist halt eine Differenzierung zwischen dem, was halt tatsächlich möglicherweise in der Lehre gelehrt wird und was in der Praxis passiert. Und das lässt sich eben, glaube ich, auch an diesem Beispiel mit den Engineers halt zeigen. Es ist, also wenn ich jetzt an der Uni gelernt hätte, wie man halt, weiß ich nicht, Mechanical Engineering macht, wäre ich nicht ein Partner gewesen von Hillel, um darüber zu diskutieren. Ich hätte halt Praxiserfahrung haben müssen. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich will ja nicht in den Abgräder stellen, dass halt irgendwelche Leute irgendwo sagen, das ist übrigens das Wasserfallmodell und irgendwie das als eine theoretische Option betrachten. Aber es ist eben nichts, was halt in der Praxis ernsthaft umsetzbar ist. Das ist was anderes. Und warum das jetzt möglicherweise in der Lehre irgendwo noch existiert, keine Ahnung. Ich kann nur darauf verweisen, dass ich halt in den 90ern studiert habe und mir damals beigebracht worden ist, dass das eine blöde Idee ist mit dem Wasserfallmodell. vielleicht von meiner Seite, ich steppe, dreht mal ein bisschen aus meiner Moderatorenrolle zurück. Etwas steile thesig, was diese Tapeten, die du gerade erzählt hast, sind mir oft begegnet, um ein bisschen Feelgood-Management zu betreiben. Ja, ja klar, guck mal, der Plan, so sieht er aus und wir treffen das alles. Für mich ist es oft halt Feelgood-Management und am Ende, naja, ist das Geheu halt groß. Ja, ich glaube, ja, ich glaube halt ernsthaft, für mich ist es nicht Feelgood, ich habe halt dieses Thema, aber was ähnliches, also die Illusion von Kontrolle und das ist eben, also eigentlich müsste man nochmal einen anderen Talk machen, wo man irgendwie, und vielleicht ist das deswegen auch eine gute Inspiration, wo man irgendwie sagt, okay, es muss irgendwie zwangstäufig dazu führen, dass man eigentlich dieses Modell tatsächlich so umsetzt, nicht? Und dieses Gefühl, dass ich halt dort Kontrolle habe und halt etwas umsetzen kann und irgendwie sehe, wo ich halt stehe, also dem halt, diese Geschichte mit den autonomen Teams hatten wir im letzten Talk, nicht? Also als Manager lasse ich die halt machen und gehe den halt aus dem Weg. Das, wow, nicht? Das bedeutet halt, die machen ja irgendwas und wie schaue ich, ob die was Sinnvolles machen? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was eben tatsächlich schwierig ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt aus Managementperspektive schwierig ist und da fühle ich mich vielleicht besser, wenn ich halt irgendwie was habe, wo halt draufsteht, ja, wir sind halt im Plan hier und das ist irgendwie grün und das ist eben auch grün und das ist ein bisschen rot und das ist gelb und jetzt darfst du ein paar Entscheidungen treffen und dann kommen wir halt irgendwie weiter. und das ist vielleicht dort ein Ansatz, um dort etwas zu tun. Ja. Genau, das wollte ich, darüber denke ich seit Anfang deines Vortrags. Für mich, ich hatte bisher ein Problem nachzuvollziehen, welches Problem du eigentlich lösen möchtest mit dem, worüber du gesprochen hast. Ich glaube, Wasserfall wird nicht gemacht, weil irgendwelche Entscheider, irgendwelche Kataloge oder Science oder sonst was durchgebettert haben und sich angeschaut haben, welche Leute Paper veröffentlicht haben, sondern weil Entscheider, weil Entscheiderinnen auch sagen, ich hätte keinen Wasserfall, weil ich Kontrolle möchte. Ich sage, wir machen so und so lange Planungen, Designphase, wie auch immer, vielleicht eine kurze Umfrage, dann entwickeln wir, dann ist das Produkt fertig und Tag so und so muss das Produkt stehen. Und ich glaube, das ist meistens der Grund, warum Wasserfall gemacht wird, nicht weil die EntscheiderInnen Literaturquellen zur Rate ziehen und sagen, wir machen das jetzt so und so, weil irgendjemand hat das ja mal so gesagt. Ja, also, weil du ja die, genau, das ist halt sozusagen der nächste Schritt, weil du ja fragtest, was ist sozusagen die Motivation für den Talk? Die Motivation für den Talk ist, dass ich halt gerne möchte, dass wir, also deswegen heißt es halt auch so, nicht von wegen, das sind halt Wahrheiten, über die ich nicht sprechen möchte. Ich möchte gerne, dass wir tatsächlich in unserer Branche als SoftwareentwicklerInnen und Leute, die halt irgendwie damit zu tun haben, bestimmte Dinge einfach wissen. Und die Dinge, die wir halt wissen sollten, ist zum Beispiel, das Thema mit dem Wasserfallmodell ist absurd. Und was für Konsequenzen daraus ziehen, ist eine andere Geschichte, nicht? Also es ist wahrscheinlich irgendwie nicht schlau, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, wir machen jetzt ein Wasserfallprojekt, dem irgendwie zu sagen, das ist übrigens absurd, sondern da muss man halt was anders machen. Aber das ist halt ein anderer Talk und ein anderes Thema. Nur, wir haben es ja am Anfang auch gesehen, die Aussage, wir machen halt mit Fixed Requirements doch Wasserfall, ist jetzt nichts, was halt so absurd angenommen wird, wie es tatsächlich ist. Und auch die Geschichte mit dem Strohmann ist nicht bekannt. Und die Geschichte mit der zukunftsträchtigen Architektur oder zukunftsträchtigen Architektur ist etwas, was ich mehrmals gefragt werde, dass ich es hier an mir rausfinde. Die Geschichte mit den Best Practices ist allgegenwärtig. Jeder kommt halt irgendwie in die Ecke und sagt, was sind denn Best Practices, um dieses Problem zu lösen? Und ich möchte gerne, dass wir davon irgendwie loskommen und eben sagen, wir sind eine Disziplin, die iterativ Dinge lernt und eigentlich müssen wir uns so verhalten, iterativ arbeiten, Architektur anpassen, uns selbst überlegen, was wir machen, nicht auf Best Practices hören. Wie wir das dann verkaufen, und wie wir Kompromisse mit der Realität machen, ist ein anderes Thema. Aber wir müssen jetzt erst mal dazu kommen, dass wir sagen, das ist die Art und Weise, wie Softwareentwicklung funktioniert. Und das sind fundamentale Fragen. Auch diese Frage mit, sind wir, also deswegen fand ich ja die Episode mit Hillel so schön, sind wir anders als andere Ingenieure? Die ist wirklich fundamental. Und ich stand halt kurz davor, einen Beitrag, also einen Blogartikel zu schreiben, wo ich irgendwie sage, wenn wir Brücken bauen würden, dann passieren halt ganz schreckliche Dinge oder ganz wunderbare Dinge oder das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist alles Quatsch. Wir sind halt schon relativ vergleichbar. Wir haben auch ähnliche Probleme. So, und dich, also vielleicht, wenn wir die Geschichte noch haben, auch eine Sache von Hillel. Da gibt es halt diese Geschichte von der Bohrinsel. Und die Bohrinsel hat halt nicht Stockwerke. Und da mussten sie halt irgendwie so ein Ding installieren. Ich habe vergessen, wofür es war. Das war auf jeden Fall drei Meter hoch. Und ein Stockwerk in diesem Ding ist aber zwei Meter achtzig hoch. Was haben sie gemacht? Sie haben ein viereckiges Loch ausgeschnitten im Boden, haben da 20 Zentimeter das hochgemacht, haben noch ein Schild vorgemacht, dass man da bitte nicht fallen soll, haben das Ding reingebaut, haben um eine Platte drauf gesetzt, fertig. Das ist Technical Depth und eine vergurkte Architektur, so wie es bei uns halt irgendwie auch. Und das ist meilenweit entfernt von dem, was wir vielleicht glauben, wie die Leute halt irgendwie vorgehen, aber auf den zweiten Blick irgendwie nachvollziehbar. Und da gibt es mehr Geschichten von. Wenn ich das richtig erinnere, ist halt in dem Blogpost diese Geschichte drin mit irgend so ein Hightech-medizinisches Gerät, MRT oder irgendwie so ein Ding. Unwahrscheinlich kompliziert. Das, was halt nachher am Ende schwierig war, war der Griff. Da haben sie halt irgendwie einen Monat dran designt. So wie bei uns, wo man irgendwie dasteht und sagt, der Kubernetes-Cluster will nicht. Ich weiß ja auch nicht, warum. Und nach einer Woche sagt man, ah, guck mal, da hat ein Komma gefehlt. Und wir sind vielleicht näher dran, als wir glauben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also wir sollten, wir haben dort ähnliche Probleme wie andere halt auch. Und wir haben aber bestimmte Vorstellungen oder Vorurteile, die halt einfach nicht haltbar sind. Hier ist noch eine Frage. Ich glaube, du kannst. Soll ich? Ja? Gar nicht? Ja, gerne. Sorry. Das ist, ich weiß nicht, ob das eine Frage ist oder nicht, aber ich will nicht Wasserfall verteidigen oder irgendwie rechtfertigen oder sowas. Aber es ist nicht eine Definitionssache jetzt in dem Fall. Weil ich habe, ich meine, ich habe einen Artikel gelesen von NASA, wie sie denn Curiosity Rover gebaut hatten, der Roboter jetzt auf dem Mars herumfährt. Und sie haben das beschrieben, dass sie das nach Wasserfall gebaut hatten. Dass die Software-Devs in dem Fall wirklich ganz komplette, formale Definition von den ganzen Requirements bekommen hatten. Und sie haben das einfach nachprogrammiert oder wirklich implementiert. Natürlich Test-Driven und so weiter. Ob sie das iterativ gemacht hatten oder nicht, das weiß ich nicht. Das war nicht drin. Aber es ist in dem Fall wahrscheinlich nicht nach der Skizze, die jetzt auf der ersten Folie war, sondern irgendein Modell gewesen, wo die ganzen Requirements schon vorher definiert waren. Ganz fix, weil die Iteration hier ist richtig teuer. Man kann nicht wirklich so auf dem Mars testen. Und sie haben das als Wasserfall beschrieben jetzt in der Artikel. Was meinst du dazu? Ist es jetzt Wasserfall oder nicht? Also wie gesagt, ich mag Wasserfall nicht, ich will das auch nicht machen. Ich verstehe völlig, dass wir iterativ arbeiten müssen. Aber in dem Fall ist es dann einfach so Neugier. Was meinst du zu dem Fall, zu diesem Use Case? Also der eine Punkt ist halt, ich zeige nochmal kurz die Folie. Das ist ja ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. und das ist ja auch der Inhalt des Talks, nicht? Das hier ist halt meine Definition vom Wasserfall und ich habe auf diesen Blogartikel schon mal hingewiesen und da haben irgendwie auch Leute gesagt, das ist ja gar nicht der Wasserfall, nicht? Und das ist insofern eine gute Nachricht, als dass es eben bedeutet, dass niemand an diesen Strohmann glaubt. Das ist ja genau der Punkt. Dieses Wasserfallmodell, so wie es hier steht, ist eben der Strohmann, den Agilisten aufgebaut haben, um zu sagen, so sollte man nicht Software entwickeln. So, das erstmal dazu. Der andere Punkt ist halt, und da will ich nochmal auf diese Folien halt verweisen, man baut Autos nicht im Wasserfall. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass sie jetzt irgendwie ernsthaft gesagt haben, wir haben so einen Berg am Papier produziert und dann haben wir halt irgendwie eine Software produziert und einen Mars-Rover und wir haben nie einen Prototypen gebaut, wir haben nie eine erste Iteration gehabt, wir haben nie irgendwas testgefahren in der Wüste, irgendwo, sondern wir waren, also nicht das Zeug, was wir da gebaut haben, war fehlerfrei, ist zum Mars geflogen und hat da halt funktioniert. Wir haben nie eine 0.1, sowas hier gebaut, nicht? Also irgendein einfaches Ding, was in der Wüste, was weiß ich wo, gefahren ist oder ein reduziertes Ding oder wie auch immer oder ein Prototyp für die Kamera oder so, ist absurd. Kann ich mir nicht vorstellen. Halte ich für einen Spruch. Und das, was wir hier halt, also nicht, ohne es halt gesehen zu haben, und ich möchte aber erinnern an das, was ich ja auch bei dem Sage-Projekt halt gesagt habe, das haben sie halt, das ist die Abbildung aus dem Original-Paper, das ist nicht das, was passiert ist. So, und das ist ja ein Teil des Problems und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der Intuitivität, dass eben dieses Modell, dieses Wasserfallmodell intuitiv zu sein scheint, aber eben in Wirklichkeit nicht funktioniert und es eben nicht so wahnsinnig einfach ist, Projekte zu finden, die das halt wirklich durchgeführt haben. und das hier ist ja gerade ein, dieses hier ist ein Beispiel für ein Projekt, was halt herangezogen worden ist, um zu sagen, Wasserfall ist eine gute Idee und die haben es halt eben nicht gemacht. Und das ist vermutlich hier ein ähnliches Ding. Und das dritte Ding ist dabei, weiß ich nicht, also macht halt Wasserfall, wenn ihr halt glaubt, das ist das bessere Modell. Also meine ich halt ganz ernst, weil das ist halt eure Entscheidung, da müsst ihr halt irgendwie schauen. Ich habe halt in dem Talk versucht zu sagen, dass ich ziemlich sicher bin, also mit extrem vielen Hinweisen, dass es eine echt schlechte Idee ist und wir haben ja auch gerade eben diskutiert, dass es halt, wenn dieses Modell angewendet wird oder befohlen wird, dass dann in Wirklichkeit was anderes passiert. Was ja auch ein Indiz dafür ist, dass das, was halt funktioniert, eben was anderes ist. Genau, aber heißt das nicht, dass jetzt Wasserfall bei den meisten, zumindest laut meiner Erfahrung, anders verstanden wird, wie du das Ganze jetzt gerade vorgestellt hast? Weil wenn man von Wasserfall spricht, zumindest die meisten, mit denen ich rede, meinen, dass es das Modell, wo die ganzen Nikomans schon im Voraus da sind, alles schon vorspezifiziert ist und dann geht es los mit der Entwicklung, egal wie das die Entwicklung dann aussieht. Meistens kommt so eine Definition vor und dann, auch wenn man das iterativ dann implementiert, weil die Requirements sind ja fix, man kann Prototypen bauen und so weiter, aber man bezeichnet das, dass dieses Modell auch als Wasserfall, mittlerweile zumindest. Ist das nicht dann das Definitionsproblem jetzt bei den meisten? Also ich weiß, dass du nicht drüber reden willst, aber... Nein, mein Problem bei der Sache ist halt, also ich bin halt ein Fan von, tatsächlich auch von Definitionsdiskussionen und es gibt tatsächlich irgendwie auch Episoden bei Software-Hatektur im Stream, die sich darum kümmern, halt mal zu schauen, was ein Begriff genau bedeutet. Problem bei der Sache ist halt, wenn ich jetzt sage, wie soll ich sagen, ich meine, also nicht, ich meine nicht, ich meine nicht dieses Wasserfallmodell, sondern ich meine ein Wasserfallmodell, was Iterationen hat. Und ja, genau, dann habe ich halt irgendwie gesagt, ein Modell mit Iterationen ist halt eine gute Idee und dann sind wir halt bei dem Ergebnis meines Talks, nur, dass es halt irgendwie bedeutet, also nicht die Aussage, Iterationen sind eine gute Idee, ist dann ja trotzdem noch da. Es ist nur so, dass wir halt über den Begriff gestritten haben. Was du halt sagst, ist, ich hätte halt sagen, so ein Wasserfall mit Iterationen ist eine gute Idee und was ich gesagt habe, ist, Wasserfall ist eine schlechte Idee, Iterationen sind eine gute Idee. Und das ist, also nicht, dann müsst ihr halt diese Folie irgendwie ändern und müsst halt irgendwie ein paar Begriffe anders verwenden, aber ich glaube nicht, dass es die Aussage halt ändert. Ne, also das, was du meinst, ja, das habe ich verstanden, aber ich meine, wenn wir darüber reden sollen, als Softwareingenieurs jetzt in dem Fall, also nicht Entwickler oder irgendwie Techniker und so, dann müssen wir auch diese Definition irgendwie klar machen, finde ich, also, aber, ja. Der Kernpunkt von einem Wasserfall, also einem richtigen Wasserfall, ist ja, du hast Wasser, das Wasser nimmt eine Richtung, nennt sich mittels Schwerkraft nach unten, Wasser ist unten, fertig. Das ist ja die Definition von einem ursprünglichen Wasserfall und dass das in der Softwareentwicklung gar nicht existiert, das ist eine Utopie, dieser Gedanke, sollte eigentlich den meisten Leuten bewusst sein, die mal versucht haben, Requirements zu definieren, bis Ende zu Ende, bis komplett zum Schluss. Ja, Vorsicht, das ist ja ein Teil der Aussage, selbst wenn ich das halt definieren kann, ist es ja so, dass der gute Herr Royce gesagt hat, dass man mindestens zwei Iterationen geben muss, ich muss mal kurz schauen, irgendwo war doch diese schlaue Folie, wo war sie denn, wo ich das gezeigt hatte, ja gut, auch beim Wasserkreislauf, kommt das Wasser ja wieder über den Niederschlag, wieder zurück auf den Radar. Der Punkt ist halt nicht, also hier ist ja die Annahme, dass ich, ich habe feste Requirements an das System, trotzdem mache ich mehrere Iterationen. Und das ist für mich der Unterschied zwischen einem iterativen Modell, also ein iteratives Modell, so wie der Royce es jetzt hier vorstellt, mit eben zwei Iterationen mindestens, wobei das ja nicht stimmt, weil nicht, da unten stehen halt Design Iterations, plural, das kann trotzdem feste Requirements haben. Das heißt, das, was der Royce von 1970 aus seiner Praxis im Bereich Luft- und Raumfahrt, da ist wieder dieser Mars Explorer, empfiehlt, ist auch bei festen Requirements mehrere Iterationen zu durchlaufen. Der sagt nicht, dass wir hier neue Requirements haben wollen. So, und das ist ja genau einer der Punkte, weswegen ich auch am Anfang gefragt habe, will ich eigentlich Wasserfall bei festen Requirements. Bei Requirements, die sich massiv ändern, ist es klar, dass ich das überhaupt gar nicht will, aber auch bei Requirements, die halt fest sind, gibt es, so wie der Talk es gesagt hat, eigentlich nur Indizien dafür, dass ich mehrere Iterationen machen möchte, weil ich sonst offensichtlich erschlagen werde von der Komplexität, und das ist halt der Grund, weswegen ich das eben tun sollte. und deswegen habe ich hier ja auch, also nicht, da ist ja genau dieser Absatz, wo ich irgendwie nochmal versuche zu sagen, Agile versus Iteration. Das ist die Überschrift hier. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist die Überschrift hier. Danke. Vielen Dank. Dann genießt gerne noch den Abend weiter. Vielen Dank, dass ihr da seid. Denkt an die Unterschriften. Ich habe aber gesehen, dass ihr schon ganz fleißig wart. Vielen Dank dafür und euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.